Moin und willkommen zu einem neuen Video von mir und dann würde ich sagen, weiter nach dem Intro. Ich werde jetzt nach und nach alle so meine Produkte vorstellen, die ich persönlich nutze, um meine Videos zu machen oder ähnliches, also sprich für Drohnenflüge oder was dazugehört. In diesem Video stelle ich euch alles vor, was ich so von GoPro habe. Klar, gibt es sicherlich auch bessere Systeme, es gibt auch schlechtere Systeme. Für mich reicht das vollkommen aus. Ich habe zwei Kameras von GoPro. Die erste ist die GoPro Max. Hat zwei Akkus dabei, hat auch diesen, um das Doppel zu laden, das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich habe dann auch noch so eine Leuchte von GoPro. Ich bin davon aber nicht ganz überzeugt, aber gut, das ist Geschmackssache. Also ich bin davon begeistert, es reicht auch für 10 Meter Tauchen. In dieser Tasche sind diese Linsen. Und ich bin, wie gesagt, für mich reicht das vollkommen aus. Also ich nutze es nicht sehr, sehr häufig, aber ich nutze es und das finde ich sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch die GoPro 12. Dazu nutze ich auch den Lens-Mode, aber das ist eins, das reicht für mich auch vollkommen aus. Habe drei Akkus dabei und in diesen, wo ich zwei gleichzeitig laden kann. Nutze auch dazu den Medi-Mod. Damit ich auch eine bessere Audio-Qualität habe. Aber hier kann ich natürlich auch noch externe Mikrofone anschließen. Und hier habe ich natürlich auch den USB-Anschluss, USB-C-Anschluss. Also den kann ich auch zur Not zwischendurch laden. Dann habe ich natürlich auch für die Brust, das ist bis jetzt nur zweimal vorgekommen. Ist aber sehr, sehr gut von der Qualität. Also mein persönlicher Eindruck. Das ist ein Saugnapf. Den habe ich jetzt schon zweimal genutzt. Zwei oder dreimal. Der ist sehr, sehr gut. Also für mich. Und ja, habe den auch während der Fahrt schon benutzt. Auf dem Dach. Und was soll ich sagen. 85 kmh hat es gehalten. Also mir ist auch noch nichts weiter runtergefallen. Denn für Motorrad oder Fahrrad. Ja, habe ich zwei, dreimal ausprobiert. Ich komme nicht so oft dazu, das mal zu nutzen. Aber es ist für mich sehr, sehr gut. Dann habe ich natürlich diesen Magnetfuß und diese Klemme. Die ich persönlich sehr, sehr gut finde. Es gibt vielleicht auch bessere. Auch der hält sehr, sehr gut. Also dafür bin ich echt begeistert. Ich glaube 85 oder 90 kmh. Schneller bin ich dann sicher, als habe ich nicht gefahren. Aber auch da ist mir die Kamera nicht runtergeflogen. Dann habe ich noch dieses Reiseset. Hier habe ich nämlich noch eine Klemme. Hier ist noch der Fuß dabei. Aber den habe ich noch nie benutzt. Und noch ein paar andere Utensilien dabei. Wie gesagt, finde ich ganz gut. Die Klemme benutze ich halt auch. Ich glaube, das macht. Und dann habe ich noch ein Display. Funktioniert ja klar auch bei der GoPro 12. Auch wenn hier die Hero Black 8 draufsteht. Oder Hero 8 Black, Entschuldigung. Habe ich bisher nur zweimal genutzt. Das ist, wenn ich ein Display nach vorne haben möchte. Von daher ist das sehr, sehr gut. So sieht das aus. Der muss auch geladen werden. Also hier ist auch ein Akku noch drin. Ich mache das mal auf. Sagt sich immer so aus. Das ist das Display. Und dann kann man das hier schön anschließen. Und das Schöne ist, der USB-C-Bord ist immer noch frei. Was haltet ihr von diesen Produkten oder nutzt ihr diese Produkte oder habt ihr bessere Produkte? Ich werde, wie gesagt, habe ich ja schon zu Anfang des Videos gesagt, nach und nach alles mal so vorstellen, was ich persönlich nutze, um Videos zu produzieren. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal weiterhin unterstützt. Und ich möchte euch auch nicht so viel verraten. Denn ich möchte ja noch weiterhin Videos produzieren und dann alles so vorstellen, nach und nach, was ich so benutze oder habe, um was zu machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, denn ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.